Das niederländische Glaubensbekenntnis Artikel 20 Von der Erlösung aufgrund der Gerechtigkeit und Barmherzigkeit Gottes in Christus Wir glauben, dass Gott, der vollkommen barmherzig und gerecht ist, seinen Sohn gesandt hat, dass er diese Natur annehme, die durch Ungehorsam gesündigt hatte, damit er in eben dieser Natur genug tue und damit Gott für die Sünde durch den herben Tod und das Leiden seines Sohnes die gerechte Strafe vollzöge. Gott hat daher seine Gerechtigkeit an seinem eigenen Sohn, auf den er unsere Sünden häufte, gezeigt und geübt. Seine Güte aber und Barmherzigkeit über uns Schuldige und der Verdammniswürdige gütig ergossen und geübt, indem er seinen eigenen Sohn für uns, nach seiner vollkommensten Liebe gegen uns, dem Tode hingegeben hat und ihn wieder unserer Rechtfertigung wegen von den Toten auferweckt hat, damit wir Unsterblichkeit und ewiges Leben durch ihn erlangen.